Achtung und bitte! Oh mein Gott, ich kann doch nicht glauben, dass wir endlich heiraten. Bitte! Da ist ja unser Brautpaar. Wir haben Essen, wir haben Getränke, wir haben gute Laune und wir haben Strom. Ja, ich will. Geht's dir gut? Ja, wieso? Weil der Tag für dich die Hölle sein muss. Wir können doch die Gäste wegschicken, uns fällt schon was ein. Britta, ich hab gerade geheiratet. Also werde ich's auch genießen. Musik Bist du dein. Bist du dein. Bist du meinstig? Bist du dein.